Das ist also der Innenraum von meinem Lastzug. Das Lenkrad ist jetzt ein bisschen schmatzig. Das ist das Cockpit, der Dachau. Ich gucke jetzt mal hier so rüber. Hier Lichtschalter. Das ganze Tralala hier. Meine Papiere noch brauche ich. Muss sie noch fertig machen. Zusammenknüllen und in den Briefkasten reinwerfen. Hier haben wir dann den Beifahrersitz. Da unten liegt noch eine Flasche. Ja, mein Teppichboden, meine Cola, mein Computer ohne Betriebssystem. Mein Stativ. Hier meine Jacke und das obere Bett mit dem schönen Mercedes Zeichen drauf. Das sind meine Leuchten. Und so, da sind dann auch meine Geräte alle zusammen. Hier haben wir Radio. Jetzt ist das Radio im Blick. Darüber sind die ganzen Schalter, Heizung, Licht, Dach, wo ich aufmachen kann. Hier drüben habe ich dann mein Mautgerät. Fleetboard, das ist eine GPS-Überwachung, haben wir sagen lassen. Dann haben wir hier unseren Fattenschreiber. Der Fattenschreiber. Und hier oben dieses lustige Gerät. Wenn man da mal kurz drauf drückt. Das ist der Rauchmelder. Ja, und dann klemme ich das Teil mal wieder auf. So, einmal klack rein mit dir. Ne, zurück. Wollen wir, wir fahren jetzt wieder raus. Wir sind hier fertig mit der Welt. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Rüffelt das raus. Ne, Papiere muss ich noch machen. Ganz schnell. Mal kurz abreißen das Teil hier. 50 habe ich hineingeschrieben. Ne, 21 Uhr habe ich hineingeschrieben. 21 Uhr fahren wir raus. Ja, 2 Uhr fahren wir raus.